Der Irish Soft Coated Wheaton Terrier ist eine von der FCI anerkannte irische Hunderasse. Herkunft und geschichtliches. Von den vier irischen Terrierrassen ist er vielleicht der älteste. Schriftliche Hinweise auf einen weichhaarigen Terrier gibt es seit 200 Jahren. Ganz klar ist das allerdings nicht, da alle Terrierrassen eng verbunden sind. Er stammt aus den südterischen Grafschaften Kerry und Cork und ist mit dem Kerry Blue Terrier und dem Irish Terrier verwandt. Beschreibung Der Irish Soft Coated Wheaton Terrier wird bis zu 48 cm groß und 20 kg schwer. Das Haar fühlt sich in der Textur weich und seidig an, nicht harsch, ohne Unterwolle, in Weizenfarbe jeder Schattierung. Der junge Hund ist dunkel, erst das Fell beim ausgewachsenen Hund ist richtig weizenfarbig und wellig oder offengelockt. Der Wheaton hat nicht und wechselt nicht zwischen Sommer- und Winterfell. Die Fellpflege muss ganz regelmäßig erfolgen, da er sehr schnell verfilzt. Die Ohren sind klein nach vorne fallend. Der Charakter des Wheaton wird im Allgemeinen als fröhlich, menschenfreundlich, furchtlos und sehr lernfähig, wobei etwas eigensinnig beschrieben. Verwendung Ursprünglich verwendet als Bauernhof- und Jagdhund leben viele Hunde dieser Rasse heute als Familienhund. Er ist seine Verteidigungsbereitschaft nutzend als Wachhund einsetzbar. Volker Läub